Intro Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zur weiteren Folge von Let's Play Minecraft Revenge Mit dem Team Black Angel App Ich bin drauf Hä? Ich bin drauf Du bist drauf, ja ich komm jetzt auch drauf Ich hoffe meine FPS Anzahl die stimmt Weil 30 zeigt denn... Oh scheiße Oh scheiße Oh nice Nice Okay es sah aus wie Nein Es ist Nacht Okay dann geh runter Dann ähm Warte kurz Bau dich mal weiter runter Ich brate mal eben Essen Wir sollten es reinbauen, ne? In der Seite Einfach runter bauen Einfach runter bauen Das ist nice, das ist richtig nice Nice Ich hoffe die Sounds sind nicht zu laut So ich habe jetzt auch genug Essen Optionen Musikgeräusche Ja die sind eigentlich gut Die sind für mich nur so laut Ich nehme alles mit Ich nehme alles mit Mhm Ja Nice Ich hoffe Ich hoffe Du hast rote Zahl Jaja Ich bin bei dir Ich hole noch mehr Eisen Noch mehr Eisen Noch mehr Eisen Das ist richtig gut Warte ich baue die Öfen auf wieder Oh das ist richtig nice Oh noch mehr Eisen Gib mir mal das Eisen Schmeiß mal rüber das Eisen Moment Ich will das irgendwas machen Hast du eigentlich das Eisen rausgeholt aus den Öfen? Nein Weil wir Scheiße Jemand war an unserer Base Dann gib mir schnell das Eisen Dann können wir das schnell braten Gib uns das Dann war jemand an unserer Base Okay Dann müssen wir gleich doch hier weg Abhauen Gib mir mal schnell das Pack dir schnell das Eisen rein Schnell Wo Da rein Einfach rein Ich buddel mal hier noch ein bisschen weiter Bitte Aber Geh doch weg Geh doch weg Buddel da Ich mach mal kurz die Cordis auf Wir sind auf 20 Wir müssen noch ein bisschen tiefer Warte kurz Folg mir noch Ich mach die Cordis jetzt auf Wir hauen jetzt gleich sowieso ab Oh mein Gott, du wirst es mir nicht glauben Eisen Ja, jemand muss sie bei im Ofen bleiben Jaja, es ist ja gerade keiner drauf Ich glaube, wir sind auch sogar die Letzten, die heute joinen Oh, da ist noch mehr Eisen Oh mein Gott, eine richtige Eisenader Oh mein Gott Oh mein Gott, ich glaube, jetzt werden wir richtig gut equipped sein Ich hab 25 Eisen reingeküpt Ich hab 25 Eisen reingeküpt Ich hab 25 Eisen reingeküpt 25 25 Ja, das ist jetzt alles weg Wahrscheinlich hat sich da wirklich einer Äh Ne, jetzt gerade Jaja, gut Das hab ich jetzt gerade Das ist gerade drin Und jetzt weiter runter bauen Ja, ja Pass aber auf Ne, also Äh Warte kurz, ich komm mal kurz zu dir runter Oh, das ist Kohle Das ist nice Warte mal kurz Warte mal kurz Warum machst du denn jetzt weiter? Nein, nein, nein Ich geh nur runter bis zu der Dia-Ebene Haben wir oben noch was? Ja, nein, nein Ich geh gleich wieder hoch Ich geh gleich wieder hoch So, das ist Hier unten ist Dia-Ebene Wo? Hier unten Das ist Dia-Ebene Ich hol mir die Ich hol hier kurz die Kohle Ich soll jetzt einfach in jede Richtung geraten Einfach in jede Richtung Aber mich nicht mehr runter bauen Nicht mehr runter bauen Aber aufpassen wegen Lava Lava Flatsch Mitnehmen, mitnehmen Das kann man mit Stein abbauen Das brauchen wir zum Verzaubern Dias kann ich nie abbauen Was? Dias kannst du nur mit einer Eisen abbauen Hast du eine Eisen in der Hand Oder was benutzt du gerade? Nee, nee, ich benutze gerade einen Stein Ich habe aber nur eine Eisen Äh Okay, ich kann jetzt aber die Cordis ausmachen Wir müssen auf die Zeit achten Ich will so bei vier Minuten Will ich gerne abhauen, ja? Mhm Ich hoffe wir finden wenigstens ein paar Dias Aber wohin? Wohin? Ich glaube wir werden uns dann einfach nur oben Oder wir laufen bei zwei Minuten weg Dann verstecken wir uns irgendwo oben an der Luft Ja, sag doch nicht jetzt Ist doch egal, sehen sie doch sowieso Eisen Aber sehen die ja sowieso erst später Eisen Das ist nice, das ist nice Redstone Redstone kannst du nicht abbauen Das geht nur mit der Eisen Aber nimm die mal mit, das sind EXP Das sind wirklich keine mit auf dem Server Das ist gut Oh, ganz viel Eisen Ganz viel Eisen Ich mach äh Ich hab äh Ich hab äh Für mich schon ne Hose Ich mach dir auch mal ne Hose So So Ich geh jetzt mal ne andere Richtung Hier war eben nichts So Komm Ein Eisen brauch ich noch Ein, jawoll Das mach ich So Ich nehm die Sachen hier mit Dann machen wir das ein bisschen weiter unten So Wir sind jetzt auch fast full Iron schon Bleibst du mal kurz stehen? Schatz Moment Hinter dir, das ist für dich Was ist denn hinter mir? Ich hab dir die Rüstung hingeschmissen So, soll ich sie anziehen? Ja, ja, zieh sie an Ich hab mir mal eben kurz Licht gemacht Kannst du mir noch eine Steinschlitzhacke machen? Äh, ja Ja Haben wir noch genug Holz? Hier Und Hier hast du nochmal Steinschlitzhacken Ja, Moment, ich geh gleich wieder zurück Mach die eben kaputt Ja, ja, die hab ich dir Ja Wie sind sie? Dias! Dias! Oh mein Gott! Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung Aber wir haben Dias Das ist nice Wo hast du sie mir hingeschmissen? Ach Hinter dir Eins Zwei Drei Vier Fünf Ja, zähl doch nicht, das sehen die doch Darf ich nicht für mich zählen? Schaut's mich doch nicht an! Darf man sich nicht freuen? Ja, aber ich will nicht, dass sie wissen wie viel Es ist doch egal, sie sehen's doch! Meine Fresse! Entschuldigung Fuckin acht Dias haben wir jetzt Schön Oh nice Keine Auf die Zeit ein bisschen achten Eisen Das ist gut, das ist gut Wie viel Eisen hast du jetzt noch so als roh drin im Inventar? Moment Gold 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 ist auch gut Das ist auch gut Bau mich einfach mal jetzt in eine andere Richtung, okay? Ja, ja Bau einfach Ist kackegal Weil jetzt geradeaus hat irgendwie nichts gebracht Ich habe nochmal nochmal Redstone gefunden Ich habe nochmal Redstone gefunden Mehr Mehr sind auch keine Damit er auch vielleicht keine Dias verpasst Eisen Ich habe nochmal ein bisschen was gefunden Das ist der Sande Das ist der Sande Hä? Ja Dachte ich hätte Eisen gefunden Kannst ruhig die Eisenpicky jetzt auch benutzen benutzen Fürs abbauen Wenn die Steinpicky kaputt ist Haben wir jetzt genug Eisen Wobei wir können eigentlich sogar hier unten bleiben Unsere Folge kommt ja erst morgen Nehmen wir morgen auf Aber wir müssten erst nach Hause Und das kriegen wir zeitlich nicht hin Ne, da müssen wir gleich abhauen Bei zwei Minuten mache ich mich auf den Rückweg Eisen nochmal gefunden Dann machen wir dir erstmal gleich einen Diabos Panzer Wir benutzen die Wobei ich würde zwei Dias noch aufbewahren Dann können wir uns nämlich einen Verzauberungstisch machen Nochmal Eisen Das ist gut Okay, kommst du zurück? Kommst du zurück? Nimm die Fackel mit Dann sparen wir die schon mal Oh, vorsichtig, vorsichtig Was? Ich habe ein Zombie Oh, fuck So, okay, kommst du? Ja, Moment Nicht schnauzen Nicht schnauzen Ja Ich muss jetzt noch sagen Ich komme schon Okay, komm Nimmst du die Fackeln mit? Ich sehe keine Gegner Ich hoffe Ich hoffe es ist Tag Ich hoffe es ist Tag Oh oh Was? Ja, wir haben nicht mehr viel Zeit Ja, ja Sind aber schon so gut wie oben Es ist Tag Noch eine Minute Ja, komm Wir bauen uns gleich einfach irgendwo ein Ja, ich komme Ich müsste mal langsam was essen Komm, komm, komm hier rüber Komm hier rüber Lass uns in die Richtung laufen Weil da hinten ist der Spawn Ich müsste mal langsam was essen Ja, wir können einfach eigentlich ganz normal gehen Brauchst du nicht mal sprinten Äh, ich habe noch Fleisch Ja, ich bin aber nicht bei dir Weil du so schnell bist Nur noch 28 Sekunden Ja, warte dann Komm rein, komm rein, komm rein Mach das Loch zu Mach das Loch zu Hast du Erde? Okay, dann wenden wir das hier Ich mach eben noch eine Fackel hin Nein Ich habe es eingesammelt Ich habe es eingesammelt Ja, du bist ja, du fliegst ja ein bisschen eher Acht Dias, Leute Acht Dias haben wir jetzt Halleluja Acht Dias Ja Ich wurde jetzt auch gekickt Nice, Alter Nice Gut, meine lieben Freunde Dann war es das auch für die heutige Folge Die ist jetzt Ja, wir hatten jetzt einen Tag Pause drin Im Montag kam keine Heute ist ja Laut der Aufnahme jetzt Mittwoch Wir haben aber eigentlich erst Montag Kam aber jetzt ein bisschen später Weil wir am Montag es einfach partout nicht geschafft haben Wegen den News Ja gut Okay, wir sagen Dankeschön fürs Zuschauen Schaltet morgen wieder ein Und dann wir sagen, hau rein und tschüss Tschau Tschau Outro 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 Outro